Musik Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur DRK-Sprechstunde. Das Thema heute ist Hörverlust, Schwerhörigkeit. Und als Expertin haben wir Frau Busser-Prayer gewinnen können, Direktorin der HNO-Klinik an den Widerkliniken. Willkommen, Frau Busser-Prayer. Schwerhörigkeit, wie kommt man dazu? Genau, es gibt verschiedene Formen der Schwerhörigkeit. Es gibt die Mittelohrschwerhörigkeit, wo an den Gehörknöcheln irgendwas nicht funktioniert oder ein verstopfter oder verlegter Gehörgang. Und es gibt die Innenohrschwerhörigkeit, die sich in der sogenannten Hörschnecke abspielt. Das eine ist eine Sache, die man auch zum Beispiel gut mit einer Operation beheben kann. Bei dem anderen, wie die meisten wissen, würde man ein Hörgerät wahrscheinlich bekommen, wenn man sowas hat. Wie häufig ist Schwerhörigkeit? In Deutschland rechnet man, dass ungefähr 16 bis 20 Prozent der Menschen über 14 Jahre eine Schwerhörigkeit haben können, unterschiedlichen Ausmaßes. Schwerhörigkeit kann sich also langsam entwickeln, aber sie kann ja auch akut eintreten. Genau, es gibt das sogenannte Hörsturzereignis, wo plötzlich aus ungeklärter Ursache der Hörverlust auf einem Ohr stattfindet. Das kann ganz geringfügig sein, aber es kann auch bis zu einer Ertaubung gehen. Und dann gibt es die langsam sich entwickelnde Schwerhörigkeit, die einerseits angeboren sein kann, aber die natürlich auch mit dem normalen Alterungsprozess einhergeht, wo dann die hohen Frequenzen immer schlechter gehört werden. Gibt es irgendwelche Ursachen dafür, fassbare Ursachen, Stress, Lärmbelästigung? Genau, man denkt heute, dass in der westlichen Welt unsere Lebensweise, also Lärmeinwirkung, vielleicht Medikamente, die wir einnehmen, Stress dazu führen, dass eben das Hörvermögen im hohen Alter abnimmt. Nun gibt es so, ich habe einen Freund, der sagt, schlecht hören kann ich gut und scheint damit ganz fröhlich zu sein. Aber ist das richtig? Hat dieser Hörverlust auch eine Bedeutung für das weitere Leben? Wir wissen heute, dass Schwerhörigkeit tatsächlich Demenz fördert und man konnte auch zeigen, dass wenn Menschen, die schwerhörig sind und auch schon beginnende Demenzerkrankungen haben, die Versorgung mit Hörgeräten diesen Prozess umkehren kann. Was muss ich jetzt den Patienten raten oder was muss ich als Betroffener tun? Wenn ich jetzt merke, ich bin schwerhörig oder in der Regel ist es so, dass die Angehörigen jemanden darauf aufmerksam machen, dass bestimmte Dinge nicht mehr gehört werden, dann ist sicher der erste Weg, einmal zum HNU-Arzt zu gehen und eine gründliche Diagnostik machen zu lassen. Zum einen eben Hörtestung, dass man mal guckt, wie schlimm ist eigentlich die Schwerhörigkeit. Es kann auch sein, dass der HNU-Arzt findet, dass es sinnvoll wäre, mal eine Bildgebung zu machen. Mit dem Kernspin kann man heute die Hörschnecke sehr genau untersuchen. Und dann ist der nächste Schritt, dass man dann überlegt, was man tut. Ja, und damit sind wir beim Thema, was mache ich jetzt? Jetzt haben Sie die Aufgabe und sagen, der Mensch ist schwerhörig. Was kann ich jetzt tun? Hörgerät fällt einem sofort ein? Es hängt natürlich davon ab, was man jetzt für eine Schwerhörigkeit findet. Also wenn es eine Mittelohrschwierigkeit ist, kann eben eine Operation durchaus helfen und auch das Gehör wiederherstellen. Wenn es eine gering- bis mittelgradige Schwerhörigkeit ist, dann werden solche Schwierigkeiten in der Regel mit einem Hörgerät versorgt. Sind die Schwierigkeiten stark ausgeprägt und mit einem Hörgerät kommt man nicht mehr zu einem guten Wortverständnis, dann kann es sinnvoll sein, eine sogenannte Cochlea-Implantation durchzuführen. Da wird eine Elektrode in die Hörschnecke geschoben und dann ein elektrisches Hören ermöglicht. Das Hören ist dann etwas anders. Patienten beschreiben das ein bisschen als Mickey-Maus-Klang. Aber wenn man damit trainiert hat mit diesem Cochlea-Implantat, wird das ein sehr gutes Hören für die Patienten, langfristig. Wie lange halten solche Implantate? Also die Hersteller garantieren zehn Jahre und dann wie beim Herzschrittmacher muss halt ein Austausch stattfinden nach zehn Jahren und also eigentlich lebenslang. Bleiben wir nochmal oder kehren zurück zu den Hörgeräten. Hat es Sinn, Hörgeräte immer wieder neu aufzunehmen, neu zu machen, zu erneuern? Genau, also die Krankenkassen, die bezahlen tatsächlich den Patienten alle fünf Jahre ein neues Hörgerät. Das hängt damit zusammen, dass die Geräte ja den ganzen Tag getragen werden, idealerweise jeden Tag. Und jedes Gerät altert. Und dann kommt dazu natürlich der technische Fortschritt, den wir ständig haben, dass die Hörgeräte sich verbessern. Und die Patienten sollen ja davon auch profitieren. Ja, Frau Professor Freyer, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Wenn Sie unsere Sendung mögen, dann geben Sie uns ein Like und bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.